Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier mal wieder an Dirks diversem Dienstag, heute mal wieder mit einer Produktpräsentation. Und ich merke gerade, als ich in die Aufnahme gucke, das Orange beißt sich ein bisschen mit diesem Neongelb. Fossibot F2400, das Ding wollte ich die ganze Zeit mal in die Finger kriegen, denn das ist eine ausgewachsene Powerstation mit einem 2400 Watt Sinus Wechselrichter und über 2000 Wattstunden Kapazität. Das Ganze zu einem Preis von unter 900 Euro. Und ihr kennt mich, das Ding wollte ich mir mal ansehen, das kriegen Mitbewerber in der Regel nur für den doppelten Preis hin. Ja, wie immer der Transparenz-Hinweis, klar, das Gerät hat Fossibot hier für dieses Video zur Verfügung gestellt. Sie nehmen aber keinen Einfluss auf den Inhalt. Wie immer kann ich hier das sagen, was ich denke. Und auch das wie immer, da kamen einige Anregungen von Euch. Ich möge doch bitte hier mal auch testen, ob das wirklich eine Sinuswelle ist und so weiter und so weiter. Leute, ganz ehrlich, ich bleibe bei dem, was ich kann. Und wenn ihr mir hier einen Oszillografen hinstellt, ich wüsste noch nicht mal, was es da zu sehen gibt und wie man das deuten muss. Für solche Videos empfehle ich wie immer den Kollegen Mr. Togi. Der hat auch vor einem guten Jahr mal ein sehr kritisches Video zu der Fossibot gemacht. Schaut da mal rein. Ich habe allerdings das Gefühl, dass sich hier zumindest ein Anschluss verändert hat, dass man unter Umständen bei Fossibot auf die Kritik auch reagiert hat. Und deshalb schauen wir uns das Gerät mal ganz unvoreingenommen an. Ja, wir fangen zunächst mal an mit den Abgängen hier auf der Vorderseite. Ihr seht hier oben ein recht gut ablesbares Display. Wir haben aktuell noch 27% Kapazität und hier oben fällt direkt dieser Drehschalter auf. Jetzt muss man dazu sagen, die Powerstation ist nicht App-gesteuert. Hier gibt es also keine Möglichkeit, das Ganze über das Handy zu steuern. Ich kann aber hier oben über diesen Drehregler den Eingangspegel zwischen 300 Watt und den maximal möglichen 1100 Watt einstellen. Wir werden wir dann auch mal testen, wenn wir das Ganze hier mal an die Steckdose hängen. Ja, Ein- und Ausschalter ist klar. Wir haben dann jede Menge USB-Steckdosen hier an der Seite. Das ist zweimal USB-Normal-Type-A 3.0. Das ist also auch schon Quick Charge. Wir haben dann hier unten nochmal zwei USB-Type-C mit 20 Watt. Und das hier unten verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier haben wir nochmal eine 20 Watt Type-C und einen Fast Charger mit 100 Watt. Und insbesondere diese 100 Watt-Anschlüsse, die möchte ich hier auch nicht mehr missen im Wohnmobil, gerade wenn es ums Laden von MacBooks geht. Ja, in der Mitte haben wir nochmal ein Licht. Das lässt sich auch als Notruf-SOS schalten. Und man kann es dann auch wieder ausmachen. Ja, und auf der linken Seite wird es jetzt interessant. Da haben wir einmal den 12 Volt Normal-Zigarettenanzünder-Ausgang mit 10 Ampere. Und hier haben wir einen normalen XT60-Ausgang, auch 12 Volt, der aber bis zu 25 Ampere schafft. Und das wäre eine super Möglichkeit, auch beispielsweise eine Dieselheizung mal zu betreiben, die ja doch einen relativ hohen Anlaufstrom hat. Das ist eine klasse Sache, auch beispielsweise für Selbstausbauer. Und gerade diesen, ja, hieß es jetzt ein 25 Ampere, aber beispielsweise bei Pluetti, die hat einen 30 Ampere. Den haben die jetzt eingespart. Da ist jetzt auch nur noch ein 10 Ampere Ausgang. Finde ich klasse, dass FossiBot den hier weiterhin noch anbietet. Ja, hier unten, wie immer, ich habe bis heute keine Verwendung dafür finden können, die 3 Ampere Rundstecker, 12 Volt. Und das Ganze lässt sich dann auch, wie immer, hier über die normalen Schalter ein- und ausschalten. Wird dann auch hier oben angezeigt. Hier unten hätte mir jetzt noch eine LED irgendwie, hätte ich mir vielleicht gewünscht, hier so eine kleine LED drin. Aber kann man hier oben im Display sehen. Ja, an den Seiten wird es jetzt interessant. Wir haben nämlich auf beiden Seiten, ja, diese Abdeckkappen. Da sind jeweils zwei Lüfter auf beiden Seiten, also insgesamt vier Lüfter dahinter. Und mittels dieser Abdeckkappen, ja, die muss man natürlich jetzt vor einer Inbetriebnahme dann auch hoch machen, damit die Lüfter, ja, dann auch arbeiten können. Darunter befindet sich dann der Ausgang mit insgesamt drei normalen Steckdosen für 240 Volt. Wie gesagt, das Ganze insgesamt mit 2400 Watt. Eine X-Boost-Funktion, wie es das bei anderen Powerstations gibt, gibt es hier nicht. Man kann die zwar auch über die 2400 Watt betreiben, aber dann geht die Voltzahl so extrem in den Keller, dass es auch wirklich keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, wenn ich die im Rahmen der normalen Belastungsgrenzen betreibe, alles in Ordnung. Also hier hat jetzt auch alles mit funktioniert, ob das Induktionskochfeld war oder der Föhn. Ich habe die hier nicht an ihre Grenze bekommen. Ja, auf der Rückseite ist nicht viel. Da haben wir nur das Typenschild. Das Ganze, klar, mittlerweile Standard mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Der Hersteller gibt 3500 Ladezyklen an. Danach sollen es dann noch 80 Prozent sein. Und ja, das Ganze, wie gesagt, bei 2048 Wattstunden gemessen mit 51,2 Volt. Bedeutet umgerechnet auf 12 Volt eine Kapazität von 170 Amperestunden. Ja, hier auf der Seite auch wieder dieses Fan-Cover, was man dann öffnen muss. Hier drunter haben wir dann die Eingänge. Da bin ich auch ganz froh drum. Ganz normaler Kaltgerätestecker. Also hier ist nichts, wo ich nochmal mit Adaptern arbeiten muss. Das Einzige, was wir hier noch haben, ist jetzt der DC-Eingang auf den MPPT-Regel, der dahinter sitzt. Der arbeitet im Spannungsbereich von 11,5 bis 50 Volt. Sollte also die handelsüblichen Solartaschen wirklich alle vertragen. Teilweise auch sogar die High-Voltage-Solartaschen beispielsweise von Wattstunde laufen die ja auch mit maximal 500 Watt. Und das ist jetzt die Änderung zu dem Testmodell, was der Mr. Togi hatte. Hier haben wir jetzt keinen Mini-Anderson mehr, sondern ein XT90. Der Bereich hier ist aber gleich. Ob es da jetzt auch innen drin nochmal ein Update gegeben hat, wie gesagt, da bin ich leider überfragt. Ja, hier oben haben wir noch eine sogenannte Storage-Box, also eine Aufbewahrungskiste. Würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Da haben wir das Adapterkabel von MC4 auf XT90, um jetzt beispielsweise Solartaschen anzuschließen. Da haben wir das gleiche dann nochmal XT90 auf den normalen 12 Volt. Und ein handelsübliches Kaltgerätekabel. Das kriegst du in jedem Baumarkt für geringes Geld, wenn es mal verloren geht. Finde ich einfach eine super Lösung. Ob und inwieweit man die Kabel hier auch beim zweiten Mal wieder reinbekommt, wenn sie mal auseinander gemacht waren, werden wir gleich mal testen. So, ich habe sie jetzt mal an den internen Wechselrichter hier bei uns im Hümer drangehangen. Das Ganze ist bei uns jetzt maximal mit 1800 Watt. Sollte also hier einwandfrei funktionieren. Jetzt steht es auf 300 Watt Input. Und wenn man ein Geräusch hört, dann ist das nicht die Fosibot, sondern unser Dometic Wechselrichter. Ich gehe mal mit dem Mikrofon jetzt hier dran. Also hier ist nichts zu hören. Ich gehe jetzt mal im Input hoch auf 700 Watt. Jetzt merkt man, wie im Keller der Wechselrichter höher dreht. Aber auch von der Fosibot ist bis jetzt nichts zu hören. So, jetzt sind wir auf 1100 Watt. Und auch jetzt bleibt das Ding komplett lautlos. Ja, das mit diesen Lüfterklappen, das kann man jetzt kritisieren. Man kann, wie alles im Leben, alles positiv und negativ sehen. Positiv sicherlich, das Ganze ist dadurch staubgeschützt und auch zumindest spritzwassergeschützt, auch wenn es keine Zertifizierung hat. Man muss halt nur daran denken, dass man es vorher öffnet. Jetzt sind wir bei 1000 Watt. Und jetzt muss man gucken, welches Geräusch jetzt hier überlagert. Weil das Induktionskochfeld macht auch ziemlichen Krach. Ich versuche mal mit dem Mikro das einzufangen. Hier haben wir das Induktionskochfeld. Und hier die Powerstation. Die müsste eigentlich nachlaufen, wenn ich hier ausschalte. Das Ding läuft nach. Nee. Also das ist tatsächlich das Induktionskochfeld. Wenn man es mal von der Powerstation wegnimmt. Hier ist nichts zu hören. Also ich glaube, innerhalb des normalen Bereichs von 2400 Watt, kriegst du das Ding nicht klar. So. Das Induktionskochfeld läuft jetzt nach mit dem Lüfter. Und hier ist jetzt ein bisschen mal zu hören. Aber das ist super leise. Ganz ehrlich. Ja, Schlussfazit. Kann das gehen? Eine 2400 Watt Powerstation mit der Kapazität für unter 900 Euro? Offensichtlich kann das gehen. Völlig ausreichend. Ich habe jetzt sogar die Sachen hier oben wieder reinbekommen. Was mir normalerweise nicht gelingt. Obwohl ich gut im Tetris bin. Induktive Ladeschale wie immer. Hier oben wäre nett gewesen. Dann hätten wir allerdings das Fach für die Kabel nicht gehabt. Ich glaube, für den Preis kann ich nicht meckern. Also wenn das jetzt 15,99 Euro kosten würde, würde ich sagen, ja, an der und der Stelle könnte man auch nachbessern. Aber für unter 900 Euro ist das Ding echt ein Schnappern. Das Ding wird übrigens direkt aus Deutschland versendet. Vielleicht auch ganz wichtig, dass es nicht irgendwie, dass es aus China kommt. Also wird schon in China produziert. Aber da ist nichts irgendwie mit Zoll oder Mehrwertsteuer nach oben drauf. Fosibot versendet hier aus deutschen Lagern. Und von daher kannst du für den Preis nichts falsch machen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ihr bleibt bitte gesund da draußen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Macht's gut.